recht herzlich willkommen zur zwanzigsten folge von grand age medieval ja letzt mal mal ganz viele städte weiter ausgebaut dass da noch mehr rohstoffe produziert werden oder weiterverarbeitet werden je nachdem was da ist und ja wir versuchen dann jetzt hinzukriegen das war hier diesen ausbau steigern damit alles viel besser wird das ist wahrscheinlich nicht ganz so leicht so mal gucken wir hatten irgendwo auch ein siedler ich glaube in sofia war der siedler dann müssen wir schauen dass wir den auf die reise schicken sobald er fertig ist und wir zu haus oder muss fertig sein aber nicht da sehen können ja auch hier sehen können trupps und siedler finden wir dort da ist der siedler und ja dann müssen wir mal schauen wo wir hier hinlaufen und der läuft schon hier runter da gucken wir mal was hier gibt salz gibt es auf jeden fall honig gibt es also als auf jeden fall holz steine da war das kohle ich glaube das war kohle genau dann müssen wir mal jetzt in süden gehen und gucken ob wir hier was entdecken können da ist die stadt die dann auch wieder sein rahmen hat wo wir dann nicht hinkommen olympus muss hier unten auch sein oder ok was ist das hier unten gerame gibt es da ok er spricht ein bisschen dafür dass man hier vielleicht noch was baut salz honig stopp 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 hier war eine stelle die richtig gut war oder das ist nicht ganz das klingt gut da leuchtet noch ein bisschen mehr das klingt gut aber das hier auf jeden fall ist es hier reichlich dass da brauchen wir sofort erstmal der stadt in mystras und da müssen wir eine straße einnahmen straße festlegen ich würde mal sagen von dort nach dort gut über athene geht die aber können wir bauen und die können wir auch gleich upgraden macht das ja und wenn wir von aller kommen müssen wir da unten nach mystras damit das darauf wachsen kann so ja die sind beschäftigt wie sieht es aus mit unserer ja das ist ja gleich ein anstieg wieder und ich würde jetzt fast sagen machen wir einen neuen siedler in sophia wenn es denn dann geht an werben funktioniert wird wir müssen ein paar städte bauen und das geht es gar nicht reich vergrößern ja der links ist schon da der bautrupp und die fehlen aber wahrscheinlich die rohstoffe hier drüben jetzt mir ok da kann man auch noch weiter expandieren mal gucken wie weit das noch geht wir können aber die herrschaften alle nehmen sicher die laufen und erst mal was entdecken oder machen wir nach athen gehen gucken was hier noch so los ist ziel nicht erreichbar ok es gewandt schwimmen können wir nicht alles klar ist aber nicht schlimm machen wir ziel nicht erreichbar da wird es noch so geht es nicht oder doch geht es doch ziel nicht erreichbar weiter hier lang einfach ein bisschen entdecken bis da was weiter vorangeht städte größer werden straßen gebaut werden aber wir müssten vielleicht den händler der jelang zippelt noch da unten hinschicken gute planen statt hinzufügen ist dass man sieht es ein bisschen komisch aus statt entfernen entfernen so da soll dahin laufen soll dahin laufen soll dann dahin laufen und dann da sieht doch gut aus oder neue route festgelegt dann kommt hier auch hoffentlich was an so nehmen wir die wieder an machen wir und entdecken weiter land truppen eingraben geht auch sehr interessant da ist auch nicht weiter ja dann können wir höchstens noch probieren links weiter zu kommen ziel nicht erreichbar aber vielleicht ist es auch eingeschränkt dass wir sowieso nicht weiter dürfen aber hier bei mir da würde ja noch was gehen auf jeden fall aber hier ist auch richtig was los noch anverkauf warenkauf nebenan okay aber die haben wir geschlagen schnell so ist fertig geworden wie macht sich das hier dauert noch ein bisschen truppen ziehen nach unten lang der eine der ist langsam der blieben meister keine ahnung auf geht's okay das geht das geht auch machen wir bis nach italien gehen sogar venedig guck mal wow ja weil dann geht's chilo ist so weit weg also können auch wenn ich nicht nur über die alpen ist gewandt ist gewandt okay das geht nicht da geht's lang welche pässe dann machen wir okay hier wäre dann auch noch vielleicht eine stadt zu gründen und dann mal gucken wie weit der sicher denn es ist wie heißt es der siedler und die worte nehmen reingucken dann sehe ich ja hier dass der siedler fertig ist da ist er dann schicken wir doch mehr auf dem ganzen so aus als ob sie doch noch weiter geht oder wie machen wir schnee jetzt kalt im land sie wurden erreichbar ist gewandt ok ja weil sicher da ist gewohnt also schiffswrack mal ok dann wollen wir gucken dass wir die schlagen müsste locker klappen mal wohl nichts mit wir waren zuerst da der letzte bandit hat richtig gut gemacht machen wir können wir da jetzt was kriegen 30.000 gold gefunden das hört sich ja gut an oder da ist eine stark frequentierte handelsstraße machen wir die zimmer noch gar nicht hin ja was ist aber komisch das ist hier die donau ist ein anderer fluss auf geht's wenn wir schon bei den ostsee oder ja weil ok königsberg die laufen aber nicht hin die leute ist so weit wochenlang nichts zu essen oh der hat hunger auf geht's ist gewohnt warschau ist da auch ok rückzug aufgrund von moralverlust auf geht's sicher sicher uns ist auch noch an dann gehen wir hier runter ist gewandt so die sind dahin gelaufen also kein problem eigentlich jawohl auf geht's ja dann gehen wir in diese stadt mal wir müssten aber jetzt auch wieder einen den händler hat man schon losgeschickt glaubt ne äh siedler ja der ist schon hier auf dem weg was können wir kriegen nix das klingt gut mein feller und fisch war da aber also los noch nicht also los gehen wir da weiter nicht nicht schlecht warschau auf dem weg also los ja müssen wir mal gucken dann können wir ja die passende stelle finden ne nicht schlecht da geht's auch noch weiter da kommen wir nicht weiter wir wandern los auf dem weg da gibt's was fruchtbarer boden also los ja lass uns dann eine stadt gründen und fertig fast dann brauchen wir den bautrupp der eine straße macht ne das war verkehrt das ist richtig von dort nach dort ein schöner weg und die können wir dann auch upgraden passen wo hat man denn noch eine straße ach hier unten hat man noch eine city gebaut ok da müssen wir dann später nochmal gucken wenn die straße fertig ist dass wir die machen es war jetzt blöd von da unten natürlich hoch zu laufen aber ist halt passiert ok jetzt mal hier gucken dass wir neue stadt hin machen kriegen wir schon gut wie sieht's aus mit der nächsten stufe stehen wir kurz davor auch gut 25 fehlen nur ja ja dann würde ich gleich wieder sagen ab zum gasthaus und dann werden wir noch einen annäher dann müssen wir gucken wie die händler unterwegs sind den ort da auch hier unten werden noch einer wir haben aber schon angeschlossen äh händler freihändler mannig dann müssen wir gucken wo da flitzt gerade einer rum der macht diese orte alle jetzt hier ein näher da oben ne der baut die straße der verbindet die drei orte aha da haben wir noch einen der kann ausgebaut werden rote plan dahin und dahin ja und dahin macht das schon dahin macht das schon lassen so laufen passt schon gut dann ist die stadt auch angeboten ja den wir ja vielleicht hier rüber laufen lassen können ja müssen wir schauen macht das auch noch einer der läuft schon den weg so da passt erstmal alles würde ich sagen läuft oder läuft es nicht keine ahnung da ist gerade einer gekommen den wollten wir in diese richtung schicken hier hin dann können wir da noch eine stadt gründen in der ecke ja das klingt gut das klingt gut das klingt gut das klingt gut da fünf rohstoffe aber das ist jetzt ziemlich nah am budapest dran zwei vier fünf also los das wären auch fünf auf dem weg so ich glaube mehr geht nicht da bauen wir mal krakow hin und das ist jetzt noch ein bisschen auf dem weg so ich glaube mehr geht nicht da bauen wir krakow hin kommt das hin warschau krakow ne das müsste weiter links sein glaube ich aber passt schon oh jetzt haben wir noch einen rang erreicht Patricia schön aber das reicht noch nicht wir müssen noch weiter hoch erfreulicherweise konnte ich bereits einige ratsmitglieder für uns gewinnen damit ist die aufhebung des todesurteils näher gerückt du machst sehr gute fortschritte langsam bereue ich dass ich damals schwirren musste niemals mehr zu heiraten doch wer weiß na dann so jetzt sind wir stufe vier oder wie war das ne fünf sogar schon also nur noch zwei stufen so vier drei vier eins sieben das sind hier kleine städtlein chernowitz wird bald wachsen dann haben wir da auch noch einen okay aber ich denke mal für die folge soll es reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss folgen gibt sie sie ihnen es begin das